Das war Edi Pouret und wir begrüßen Sie noch mal Regine Prange und Christine Otz hier vorne bei uns. Mit einem Applaus. Ja, noch mal ganz herzlichen Dank für den tollen Vortrag. Ich denke, du hast ja auf sehr überzeugende Weise gezeigt, dass man über eine rein psychoanalytische Deutung von Edi Pouret hinausgehen muss. Also zum einen, weil eine psychoanalytische Deutung dann die Gefahr birgt, dass man den Film nur biografistisch liest, also dann auf Pasolinis Verhältnis zu seiner Mutter und seinen Hass auf den Vater, was er ja alles auch nahegelegt hat, bezieht. Und zum anderen, weil man dann auch vielleicht zu sehr versucht wäre, das Ganze nur als eine Reflexion über die Unfähigkeit des Subjekts sich zu erkennen, zu lesen. Also ich fand das sehr überzeugend, was du zum Begehren des Oedipus gesagt hast, dass er kann die anderen Frauen nicht begehren. Er begehrt Jokaste, aber auch deswegen, weil Jokaste eben die Königin ist. Und da frage ich mich dann, also diese politische Lesart bedeutet ja auch, dass Pasolini wieder mal zeigt, also wie eigentlich auch in Porcille und in Medea, dass die Revolution dann nicht möglich ist. Also sie ist vielleicht bis zu einem gewissen Punkt doch möglich in Oediporé, weil ja Oedipus als der Revolutionär auftritt, der den Machtanspruch erst mal verlacht. Er lacht über seinen Vater mit dieser riesigen Krone, aber dann tritt er eben genau in seine Rolle. Ja, also ich fühle mich richtig wiedergegeben und finde es gut, wenn es überzeugend ist, dass man eben diesen Film zwar schon in seiner autobiografischen Intention würdigen muss, aber eben dieses Autobiografische auch beinhaltet, dass ein so politischer Künstler dann doch auch eine politische Lektüre hier dem Stoff angedeihen lassen muss. Also dass er auch mit dem Titel Oediporé ein Programm gibt und doch in dieser langen mythischen Sequenz eben Oedipus den Königssohn thematisiert. Auch in dieser Reaktion auf alle Personen, mit denen er zusammentrifft und die ihm bei der Aufklärung ja helfen sollen und wo er sich also immer nur infrage gestellt sieht als Königssohn, also in seinem Status. Also das scheint mir wirklich ganz offenkundig zu sein. Und ja, also ein Detail ist mir jetzt noch, ist jetzt nicht so von Belang, aber ich habe einen Detail falsch wiedergegeben. Es ist ja doch so in der Rück-, in der Retrospektive dann sozusagen, also wenn er mit Jokaste auf dem Bett liegt und dann also diese, das aus ihm herausbricht, wenn es dann klar ist, dass er der Mörder seines Vaters ist und sie seine Mutter, er sagte dann Madre. Also da ist ja dieses Erkennen da, noch bevor dann diese letzte Beweisführung dann stattfindet mit dem Sklaven. Also da redet er ja dann doch davon, dass er seine Eltern gefragt hätte oder so. Das ist mir, glaube ich, entgangen. Also ich habe es ja so dargestellt, dass er nicht wisse, also dass er seinen Unterschied zu Sophocles nun von seinen Eltern nicht erfahren habe oder bestätigt bekommen hat, dass er ihr Sohn ist, aber in dieser Erzählung dann mit Jokaste taucht es dann plötzlich doch auf. Also ich fand es nur auffällig, dass es bei dieser Traumerzählung, wenn er dann zu den, also wenn er dann nach diesem Betrug beim Sport, also bei diesem Diskuswerfen dann diesen bösen Traum hat, wird ja gar nicht klar, was eigentlich der Inhalt dieses Traums ist. Und er fragt ja auch nicht, bin ich euer Sohn? Er bezieht es ja gar nicht auf diese Aussage von dem Sportskameraden, du bist ein Sohn der Fortuna, ein Findelkind. Also diese Frage an die Eltern hat wohl doch dann stattgefunden, sie wird aber sehr wenig betont. Und insofern ist seine ganze Reaktion eigentlich nicht lesbar, rational, also als eine Vermeidung, jetzt nach Korinth zurückzukehren. Seine ganze Handlungsweise wird eben, und da steckt für mich eben diese politische Lesweise des Oedipus-Komplexes drin, seine ganze Handlungsweise wird ja geschildert als eine extrem instinktive, impulsive, sozusagen in seiner ganzen somatischen Existenz eingeschriebene. Und um das mal zuzuspitzen, könnte man sagen, Pasolini liest sehr wohl Freuds Oedipus-Komplex, der wird ja nun richtig sozusagen aufgenommen, aber er liest ihn eben auf ein mit ihm verbundenes Machtbegehren hin, also das in diesem Komplex sozusagen ausgedrückt wird. Und was bei Freud, der ja eben diese gesellschaftliche Ebene gar nicht berührt, also nicht ausgesprochen wird, und die Pasolini eben in dem Sinne ausspricht, dass er diese instinktive Wut über diesen Entzug, dieses exklusiven Status als Prinz mit der Mutter thematisiert. Und deshalb ist Pasolinis Auswertung dieses Stoffes eben in dieser physischen Existenz des Machtwillens, denke ich, der entscheidende Punkt, wo man ihn politisch lesen könnte. Das war der Vorschlag. Ich weiß nicht, ob das jetzt, da gibt es Fragen oder Kommentare von Ihrer Seite. Dann komme ich zu Ihnen mit dem Mikro. Jetzt will natürlich keiner mehr. Gut, also ich dachte ja bislang immer, dass das eine Parabel auf den Faschismus ist, der Film, dass da ein antiker Stoff gewissermaßen gewählt wird, um den italienischen Faschismus darzustellen. Ja, den Faschismus habe ich ja thematisiert am Prolog mit der schwarze Fahne, die der Knabe trägt. Und ich denke auch, dass Pasolini ziemlich nahe dran ist, also in diesem alter Ego des Oedipus auch durchaus seine eigene faschistoide Anlage sozusagen zu reflektieren. Also ich denke in der Szene, in der Arena, wo er betrügt, also diesen Diskus mit dem Fuß schiebt, um sich dann krönen lassen zu können, da wird eigentlich diese Kinderschar nochmal aufgenommen aus dem Prolog. Er setzt sich ja auch laufend an die Spitze dieser Jungen, um dann schnell eben dieses Betrugsmanöver durchzuziehen. Also das ist auch so ein Trick, um sich als Dutsche, als Führer dann krönen zu lassen. Und da sehe ich schon eine Aufnahme, also auch dieses faschistischen Hintergrunds, also der ja mit seiner Biografie verknüpft ist und der mit seinem Vater ja verknüpft ist als Militär. Und ja, natürlich, also das ist, denke ich, drin und ist aber ja jetzt nicht mehr explizit. Es ist nicht mehr explizit, es ist über diese Verknüpfung mit diesem Fahnenträger, denke ich, ist es schon drin. Und es ist eben in dieser ganzen Narzissmus-Thematik, also in diesem völlig irrationalistischen, impulsiven Herrschenwollen, da wird es doch immer aufgenommen eigentlich. Also er ist ja jenseits aller Rationalität. Er ist eben, wie Fusilow ja schon geschrieben hat, der nicht-intellektuelle Oedipus, der also sich von der Sphinx nicht ein Rätsel sagen lässt. Und auch sein eigenes Geheimnis, sie fragt ihn ja auch nicht nach irgendeinem, dieses Rätsel, was bei Sophocles vorkommt, wird ja auch nicht benannt, sondern sie sagt, es gibt ein Geheimnis in deinem Leben. Und dann sagt er, ich will das nicht wissen, ich will dich nicht hören und ich stürze sie in den Abgrinn. Also diese permanente Gewaltbereitschaft, diese Aggression, die arbeitet Pasolini heraus. Und da sehe ich schon auch eine Auseinandersetzung, eine Reflexion auf den Faschismus, also in seiner Körperlichkeit eigentlich auch. Also da ist von der Teweleit-Thematik eine Ähnlichkeit. Wenn ich das vielleicht noch kurz hinzufügen darf, du hast ja zum Schluss auch gesagt, dass das letzte Wort des Films eigentlich die Marschmusik des Vaters ist. Also auch das zeigt ja, dass diese Väter letztlich nicht besiegt werden können, wie in Port Chile auch. Ja, also es ist eine Rückkehr zum Vater auch. Der Rasen ist zwar eben mit der Mutter verbunden, aber die Musik ist die väterliche. Ja, richtig. Ja, ich würde Sie gerne fragen, was Ihrer Meinung das Filmische am Film ist von Pasolini. Wir haben jetzt ausführlich quasi literaturwissenschaftlich oder beziehungsweise am Text entlang, der Narration entlang versucht, Aussagen zu gewinnen. Wir haben noch nicht so viel über den Film selber gesprochen, als ästhetisches sozusagen Ereignis. Und mir ist eine Sache aufgefallen, es gibt viele vermutlich, über die man reden kann. Vielleicht eine Sache, die Tatsache, dass er oftmals quasi über diese horizontalen Städte schwenkt sozusagen. Dahinter gibt es mehr oder weniger horizontale Gebirge. Also nicht so wie bei uns markante Spitzen, so eher gewählte Hügel. Und vorne haben wir halt diese ganz flache Wüste. Ich habe mich gefragt, inwiefern dieses Bild, was für ihn wohl ein sehr starkes Bild gewesen sein musste, inwiefern das koppelbar ist, eventuell koppelbar ist an den Versuch, mehr oder weniger, seine Herkunft zu ergründen, beziehungsweise Kontingenz zu vermeiden oder das Schicksal im gewissen Sinne, dem aus dem Weg zu gehen. Also inwiefern, Sie haben über Vertikalität gesprochen, inwiefern gibt es auch ein Horizontales in diesem Film, was über die Ästhetik, wie ich finde, ganz wichtig geworden ist. Ja, danke, sehr, sehr schön. Ich denke, dass das Revolutionäre tatsächlich für Pasolini in der ästhetischen Form anwesend ist. Und das schreibt er auch an einer Stelle, dass der Film als poetische Form eben etwas leistet, etwas Revolutionäres leistet. Und da, bevor ich auf diese Horizontalität eingehe, ein Einfall wäre, gerade der Schluss bringt ja noch mal etwas zur Geltung mit diesen beiden Sprechern. Der Nino Davoli mit seinem römischen Dialekt und Franco Citti spricht ja Hochsprache, oder? Bin ich ganz sicher, aber eher so, also sozusagen der Bürgerssohn. Und dieser Kontrast der Sprechhaltungen ist ja eine Artikulation, eine Inszenierung, eine Vorführung der Klassengegensätze, mit denen Pasolini ja immer argumentiert. Also auch in seiner Poesie ist das ja in dieser freien, indirekten Rede, von der er spricht. Die freie, indirekte Rede ist also dieses, ja, die Politik über die Kunst machen, also Revolution als ästhetische Handlung. Deshalb finde ich das ganz wichtig, was Sie sagen. Und ich habe versucht, ein bisschen schon natürlich auch diese visuelle Struktur einzuführen. Die ist in dem Oben-Unten, das ist eine grundlegende Struktur, also immer in diesem sich aufwerfen wollen. Das Oedipus ist natürlich dieses Machtstreben, dass er also angefangen bei dem Betrugsmanöver, also eben diese Provokanten, diese Leute, die ihn in Frage stellen als Königssohn, also immer sozusagen in den Staub vor sich wirft, wirklich dieses Bild von oben und unten wird durchgezogen durch den ganzen Film. Aber auch, wie Sie sagen, dieser Schwenk ist ganz wichtig. Und zwar, ich denke, der erste Schwenk ist ja dieser 360-Grad-Schwenk über den Himmel, also wo man eigentlich auch den Blick des Kindes hat. Und ich denke, das gehört auch, obwohl es ein, sozusagen der Schwenk, etwas Horizontales ist, das ist auch etwas, was mit dem Himmel konnotiert ist, also der Blick über den Himmel, der eben auch dieses Oben, die Himmelskönigin, die Himmelskrone sozusagen meint, also dieses Bild des Oben, die Königswürde in der Landschaft setzt. Und so sehe ich auch diese Aufnahmen des Schwenks dann in dem ersten Bild des mythischen Teils, hat man ja dann diesen Schwenk, wie Sie sagen, über diese flachen Berge und die Wüste, aber auch immer mit dem Himmel. Also ich sehe das eher als einen Anschluss eben an diesen ersten Blick des Kindes nach oben. Der Blick des Kindes nach oben ist eben assoziiert mit der Mutter und mit dem Himmel und mit dem Oben-Sein, mit ihr und mit ihr allein oben sein auf dem Thron. Und also das würde ich da aufgenommen sehen. Und dieser Schwenk kommt ja am Schluss auch nochmal im Epilog, wenn er dann auf der Wiese steht mit Angelo, da kommt dann nochmal dieser taumelnde Schwenk durch die Bäume. Also das wäre eigentlich nochmal eine Wiederholung. Also es ist, die Struktur ist die Struktur eines Zyklus. Es ist eben nicht eine Dynamik, eine narrative Dynamik, wo es dann am Schluss eine Auflösung gibt, sondern es ist die Rückkehr in den Anfang. Das spricht er ja dann auch aus. Also er selbst kehrt eigentlich in dieselbe Struktur zurück. Also insofern gäbe es tatsächlich keine Revolution, die er als der Künstler machen kann, sondern nur sein Film kann etwas transportieren von dieser Energie. Ja, ich wollte nochmal sagen, also wie der Film beginnt, ist ja ganz klar, dass das Kind das Opfer ist. Und was ganz typisch für mich ist, ist die Austauschbarkeit der Geschichte. Also das Kind wird geboren, ist das Opfer, der Vater, der Täter. Und im Laufe des Filmes, was ja auch die Geschichte ist, ist es ja genau gegenteilig. Und es ist vielleicht auch eine Art Versöhnung mit dem Vater. Also es ist für mich eine ganz entscheidende Geschichte, diese Vertauschung der Rollen. Also der Vater ist dann letztendlich das Opfer. Und der Sehende sieht nicht und ist voll vor Selbstgerechtigkeit und sucht nach dem Mörder, der er selbst ist. Und erst wenn er blind ist, wenn er nichts mehr sieht, sieht er dann die tatsächliche Wahrheit. Und ja, auch eine gewisse Demut. Ich kann Ihnen nicht ganz zustimmen. Also auch das Letzte, also er erkennt die Wahrheit ja, bevor er sich blendet und er blendet sich dann, also er sticht sich ja. Um sie nicht zu sehen. Um sie nicht zu sehen, um wieder zurückzufallen sozusagen in dieses Nicht-Sehen-Wollen, Nicht-Erkennen-Wollen. Und das ist sozusagen eigentlich die Wiederholung der Verblendung, in der er schon die ganze Zeit gefangen ist. Aber vorher war es ja eine egozentrische Nicht-Sehen-Wollen. Zum Schluss ist es etwas Demütiges. Also das hat vielleicht einen anderen emotionalen Charakter. Aber diese Gesten tauchen auch wieder auf. Dieses sich auf den Handrücken beißen und dieses herrschaftliche Aufbegehren. Also er ruft ja dann immer nach dem Angelo in dem Moment, wo er nicht mehr weiter kann. Also wo diese Impulse wieder hochkommen. Da sehe ich das hilflose Kind eher, der nach der Mutter schreit, ganz ehrlich. Also dieses Kind, das ist für mich so eine Geste von Angst, von sich nicht helfen können, dieses sich in die Hand beißen. Ich sehe da keine Macht. Die Macht, die ihm verloren geht. Das sehe ich nicht so. Also ich sehe wirklich ein ganz kleines Kind, Angstgut. Also es ist sehr ambivalent. Also da gebe ich Ihnen recht, das ist nicht so eindeutig. Aber ich würde auch, also diese Eindeutigkeit von Täter und Opfer sehe ich nicht ganz. Also ich sehe es auch nicht ganz so, weil der Vater ist ja nicht nur Täter, auch am Anfang nicht. Ja, nicht nur. Er ist da schon Opfer, weil die Mutter letztendlich dem Kind mehr Liebe gibt als dem Vater selbst. Also er sieht seine Gefahr schon von Anfang an, wie viele Männer es in ihrer Ehe sehen, wenn das Kind, das erste Kind oder überhaupt das Kind kommt. Er spricht ja eine Wahrheit aus, die der Kleine nicht hören will. Also es ist ja durchaus auch Melancholie in seinem Blick. Es ist nicht nur die pure Wut und Aggression. Also die wird dann agiert mit diesem Griff zu den Fußgelenken. Aber in seinem Blick ist ja nicht nur jetzt du böser Sohn, jetzt tue ich dir was an, sondern es ist auch eben Kummer, Kram. Also er wird verdrängt. Also das ist so. Das wird ja als Gesetz, es wird ja auch da aus so einer ganz subjektiven, biografischen Bedeutung rausgeholt durch diese Zwischentitel. Also es ist auch eine ästhetische Entscheidung, dieses Stummfilm-Moment der Zwischentitel zu nehmen. Und dadurch diese Aussagen von den Subjekten abzulösen und so gesetzhaft zu verallgemeinern. Deshalb, also ich würde es nicht zu alltäglich und subjektiv nehmen oder nur auf die Personen bezogen nehmen. Also es sind immer ganz dialektische Verhältnisse. Also der Vater ist von Anfang an Opfer und Täter. Und bei Oedipus ist es auch so, stimmt wohl. Also es ist eben eine unendliche Kette. Man ist immer eingestellt in die Bedingungen. Und das wird, glaube ich, ausgedrückt. Also über diese Sichtweise, von der Sie gerade eben gesprochen haben, die ist auch wirklich sehr verlockend, finde ich. Also back to the roots, dass man denkt, das ist wie so eine Schleife auch gedreht, dass der Sohn dann sozusagen wieder an den Anfangspunkt kommt. Aber man muss ja sagen, dass der Oedipus ja am Ende eigentlich genauso physisch vorgeht gegen sich selber wie eigentlich schon zuvor. Also er ist eigentlich, vielleicht hat das damit zu tun, dass er praktisch ohne Mutter aufbaut oder beziehungsweise nicht ohne seine wahren Eltern aber er hat ja gar keine emotionale Empathie, würde ich sagen. Also am Ende ist es ja wirklich so, dass er erst durch diesen gewaltsamen Akt, durch den Tod seiner tatsächlichen Mutter und dann erst überhaupt dazu praktisch, dass überhaupt diese Einsicht dann eintritt. Und wie offenbart sich das denn? Das ist ja auch wiederum physisch. Also das ist ja nicht so, dass es ja tatsächlich dann gedanklich dann tatsächlich etwas losgelegt wird, sondern die einzige Sprache, die er dann tatsächlich kennt, ist ja eigentlich nur das Physische. Also sei es, ob er seinen Vater umbringt oder dann betrügt oder beim Spielen am Anfang oder wie auch gegenüber seiner Mutter auch vorgeht. Also er hat ja die Einsicht ja schon vorher, aber das ist ihm dann, glaube ich, ziemlich egal. Also das ist ja eher so, Ja, das ist ja tatsächlich so. Also das ist ja erst als sie sich erhängt, dann tut sich ja was bei ihm. Na doch, natürlich. Ja, die Zweifel sind da, aber er schläft trotzdem noch mal mit seiner Mutter und erst als sie sich erhängt. Naja, das hat schon was zu bedeuten. Na, natürlich. Ja, aber von Einsicht kann man, glaube ich, jetzt in diesem, von Einsicht kann man gar nicht in dem emphatischen Sinne reden. Also da würde ich das auch so in die Richtung denken, wie Sie gerade vorschlagen. Also es wiederholt sich noch mal eigentlich die Wut, denke ich, darüber, dass er jetzt eben seiner, seines königlichen Status beraubt ist. Also einfach dadurch, dass er eben jetzt zwar der Sohn seiner Mutter ist, aber dadurch, dass er eben auch der Gemahl seiner Mutter ist, diese Königswürde nicht mehr hat. Und schon gar nicht, wenn sie jetzt auch noch sich suizidiert hat. Also das ist die reine Wut sozusagen, die da wieder agiert wird. Darf ich vielleicht auch was? Er bittet doch um die Wahrheit auf. Er bittet doch um die Wahrheit auf. Er bittet doch um diese Wahrheit auf, wenn sie ihm noch zu schaden kann. Das bittet er. Ja, das ist ja die interessante Spannung. Wo Pasolini sich übrigens ja auch selber einbringt, wenn er den Priester spielt und also diese Forderung an den Souverän vorträgt, er soll das Volk von der Pest retten und irgendetwas tun, was hilft. Und deshalb, das ist der Auftrag des Volkes, den er da erfüllt mit dieser Aufklärung über diesen Mord an Laios. Also das ist sozusagen etwas, was an ihn herangetragen wird als König. Dem muss er ja gerecht werden, will er ja auch. Er will ja eben diese Königsrolle, was aber eben dieser narzisstischen Fantasie völlig widerstrebt, in der er körperlich und sinnlich mit all seiner Existenz befangen ist. Deshalb, das kommt gar nicht zusammen. Also von wegen Einsicht. Darf ich vielleicht was sagen? Also vielleicht sollte man sich davor hüten, den Oedipus, also vor allem den Oedipus der Antike, in der antiken Sphäre zu sehr zu psychologisieren. Also natürlich hat er Gefühle, ganz klar. Aber vielleicht ist es ja so, dass der Sprung in diese antike Ebene ein Sprung ins Unbewusste ist. Also dass diese Personen die Triebe verkörpern. Also dass das, was sich in der Gegenwartswelt, eben in dieser faschistischen Gegenwart abspielt, eben natürlich nicht ausgelebt wird und dann auf Ebene das Mythos der Triebe ausgelebt wird. Vielleicht lässt es sich auch so erklären, dass wir uns jetzt unsicher sind, inwieweit der Oedipus im Bereich des Mythos dann Gefühle empfindet oder nicht, weil er sie eben ausergiert. Er ist der Trieb, er ist das Gefühl. Ich finde, das zeigt sich auch sehr deutlich in der Szene, in der er erstmal davonläuft vor dem Wagen mit seinem Vater und so weiter und den Soldatenknechten. Er läuft ja im Grunde doch vor seinem Triebe davon. Nein, nein. Also er läuft ja nicht davon, sondern er flieht auch. Nein, nein, nein. Also das ist ja, ist natürlich auch irrational, aber es ist ja so, dass er dann diese Verfolger sozusagen auseinanderzieht und dann jeden Einzelnen erschlagen kann. Also das ist ja ein geschickter Schachzug sozusagen, um Distanz zu setzen und dann einen nach dem anderen dann, die dann da ankommen, im Einzelkampf zu töten. Also das ist ja kein Weglaufen. Also das ist eine Art rituelle Kampfszene, die da ja in einer sehr langen Zeit hier vorgeführt wird. Also ich denke, das ist schon ein gewisses Kalkül, das da reinkommt und dass er aber natürlich auch mit seinem Kampfgeschrei auch wieder übertönt. Es sind, glaube ich, sogar mal Erwägungen formuliert worden, dass es sich hier auch so um japanische Kampfstrukturen handelt, also auch dieses Schwert und so weiter. Also das ist auch eine rituelle Komponente und er kann so die ganzen Soldaten töten. Aber er hat ja, also okay, das leuchtet mir ein, aber gleichzeitig hat man ja doch den Eindruck, dass er eine zunehmende Lust am Töten verspürt. Auf jeden Fall, ja. Also schon so wie eine Hemmschwelle, die immer weiter... Ja, aber es ist eben nicht fliehen, sondern im Gegenteil, also dieses Kampfgeschrei, also da ist ja wirklich der Punkt der vollkommen, des absoluten Exzesses, den er da... Ja, ich weiß nicht, vielleicht liegt die Wahrheit ja irgendwie auf beiden Seiten. Ich finde auch, es wird sehr deutlich gezeigt, wie er erst mal sehr lange weint, nachdem er diese Wahrheit eigentlich schon begriffen hat, als er da die Wahrsagerin befragt. Da weiß er ja eigentlich schon, was passieren wird, zumindest in dem antiken Kontext. Und ich interpretiere die Szene, wo er davonläuft, auch erst mal so, dass er davonläuft und dass er dann aber an einer bestimmten Stelle, wo man auch sieht, dass er sehr am Ende seiner Kraft ist, dass er da aus dieser Fluchtbewegung in eine Angriffsbewegung umschwenkt. Dann sehe ich das genauso. Den ersten tötet er gewissermaßen noch ungern und den letzten tötet er dann irgendwie schon, weil der da liegt und wehrlos ist oder sowas in dieser Art. Aber wenn er wegläuft, wieso lässt er dann sein Hab und Gut liegen? Also das würde ja eher dann... Das ist kein Weglauf. Ja, also eben. Also ich habe das ja auch nicht so verstanden. Nein, nein. Also da müsste ja eine Vorbereitung sein. Also rein filmisch, kann man das nicht so lesen. In den Nahaufnahmen sieht man ja seine Reaktion auf Laios, der ihn ja einfach so vom... Er soll da verschwinden. Also herrschaftlich geht er ihn da ganz aggressiv an. Er soll da den Weg freimachen für ihn. Und so wie er sich da aufstellt und so ganz dezidiert mit dem Kopf schüttelt und also die Augen so weit öffnet und ja, komm nur. Also das ist ja eine Angriffslust und eine Vorbereitung auf diesen Exzess des Angriffs, den er da schon in seinen Augen, also in seinem Blick übt. Also da kann man nicht ableiten aus dieser Art des Blickes, dass er im nächsten Moment davonläuft, sondern das ist eine Vorbereitung auf die völlige Mobilisierung aller Kräfte gegen diesen frechen Provokateur, der ihn, den Königssohn, nun von der Straße fegt oder ihn davon jagt. Also das, denke ich, ist anders vorbereitet und dieses Davonlaufen ist eben ein Anlaufnehmen. Er schreit ja dann schon, also er schreit schon, während er läuft. Und ja, bitte. Frustriert ist er die ganze Zeit, ja. Ja, ja, also Frustration ist auf jeden Fall, richtig, die ist aber natürlich schon in dem Prolog angelegt, in dieser Urszene, also dass der Vater ihm eben diese Exklusivität als Prinz streitig macht. Da ist die ursprüngliche Quelle für diese Frustration, mit der er die ganze Zeit kämpft, die also immer hochkommt und die er niederkämpft und die in dieser Kampfszene, also in dieser Vater-Mord-Szene endlich ausgetobt wird. Und da ist ja auch, also ich denke auch, was er da macht mit dieser, dass das so in die Länge gezogen wird, ist ja etwas und mit diesem Geschrei und mit diesem Laufen und dieser völligen Erschöpfung, da zeigt er ja auch eben diese physische Anstrengung, also der Schweiß, also er legt sich ja dann hin und genießt diesen Triumph. Also das ist noch mal, also fast so wie, ja noch mehr als in Medea, dieser Schluss, wo sie in ihrer Rache da erstarrt, also dieses völlige Verlassen aller Grenzen und rationalen Hemmnisse und irgendwie, ja das ist die völlige Wildheit, das Barbarische, das aber völlig pervertiert ist. Ja, also auch wenn das vielleicht gerade, also wenn ich das durchaus nachvollziehen kann, das eben nicht als weglaufen zu interpretieren, gerade in dieser Szene und das jetzt ein wenig müßig scheinen mag, aber trotzdem würde ich nochmal, trotzdem vielleicht die Idee des Weglassen stark machen, insofern, als dass es irgendwie, ja doch die gesamte Oedipus-Geschichte noch einmal kurz abbildet, insofern, als er sich entscheidet, nicht nach Korinth, nach dem Orakelspruch, nicht nach Korinth zurückzukehren, ist es eine Art Weglaufen beziehungsweise eine Vermeidungsstrategie und so scheint mir auch dieses Fliehen, ob es ein Fliehen ist oder nicht und in dem Moment, als er entschieden umkehrt, scheint mir fast eben wie eine Einsicht in die Fatalität, eben in die Unvermeidlichkeit der Konfrontation und der Oedipus-Mythos ist für mich eben auch so eine, ja, Geschichte über Fatalität und Determiniertheit und ein wenig auch über die Absurdität etwas an dem Schicksal ändern zu wollen und ich finde das in gewisser Weise in dieser Szene abgebildet. Aber Sie setzen jetzt eigentlich voraus, dass er sich seinem Schicksal fügt. Er erkennt es aber gerade nicht. Wir müssen aber ein bisschen geordneter bitte in der Reihe nachreden. Sie setzen jetzt irgendwie voraus, dass er in dieser Szene umkehrt, weil er jetzt seinem Schicksal gemäß handeln will. Das kommt auch nicht hin. Nein, das stimmt. Das meine ich auch. Ich meine, es ist mehr eben auch die Erschöpfung. Er könnte es erkennen, wenn er nachdenken würde, wenn er dieses Orakel ernst nehmen würde, dann würde er vielleicht denken, als würde ich jemanden umbringen. Vielleicht ist es mein Vater, als salopp gesagt. Also das haben ja auch viele kritisiert, dass das irgendwie unlogisch ist. Viele frühere Oedipus-Ausleger. Aber es ist ja gerade diese völlige Verblendung, dass er eben gerade nicht sein Schicksal erkennt oder die Situation. Und ich könnte es Ihnen zeigen, wenn wir jetzt die Sequenz angucken würden, dass er sich auf den Angriff vorbereitet. Ich kann Ihnen höchstens, also eine Idee wäre, dass dieses Distanzsetzen, dieses merkwürdige, dieses Künstliche, dieses Tötungsrituals, etwas ist, was ja wieder die mediale Ebene einzieht. Also er setzt einen Abstand zu diesem Opfer, das er jetzt da für sich als Opfer auserkunden hat. Gleich, Entschuldigung, wenn ich Sie abgekürzt habe. Also das wäre jetzt nur eine Idee, dass man das eben auch als eine Form versteht, die er jetzt wählt, dann doch trotz dieser Raserei, in die er da schon reinkommt, wählt er eine bestimmte Form, instinktiv. Und das ist eine etwas ritualisierte Kampfesform, dass er also möglichst viel Distanz zwischen sich und seinen Verfolger setzt, die verfolgen ihn ja, um die dann nach der Reihe abzuschlachten. Also das wäre wieder eine medienteoretische Idee, dass er dieses Ritual des Vatermords analog eben zum Kino als Medium versteht. Dass er in diesen rituellen Komponenten die kulturelle Form, also ein Zeichensystem, eine Sprache thematisiert, die man eben auch abbilden kann auf das Kino als Kino. Also weil in diesem ganzen Film kommen ja lauter solche Riten vor. Also die Bestattungsrieten und diese Gesänge und Tänze und diese rhythmischen Lieder und so weiter. Also das sind alles Formen, die auf einer barbarischen Ebene, um es mit seinem Vokabel zu sagen, eben Medien sind. Und so ist dieser Kampf auch so eine Art ästhetische Form, in die der Oedipus jetzt seine Aggression eingießt. Vielleicht könnte man sich so treffen, dass dieses Weglaufen dann doch tatsächlich ein Distanzierungsmanöver ist im Sinne einer medialen Operation. Also so könnte man es vielleicht auflösen. Aber Sie wollten noch was sagen, ich wollte es jetzt da auch nicht stoppen. Können wir später nochmal. Ich möchte nochmal auf den politischen Charakter des Films zu sprechen kommen. Sie haben ja betont, dass der Film auch politisch, sehr politisch ist. Wenn auch mehr oder weniger verklausuliert, mich würde interessieren, wie der eigentlich in seiner Zeit in Italien wahrgenommen wurde. Weil es ist ja nicht unwichtig, wenn wir heute darüber reden oder auch Sie, haben wir ja sehr viel Kontextwissen. Je mehr man zum Beispiel über Pasolini's Biografie weiß, kann man natürlich sich viele Sachen erklären, ohne in den Koden Biografismus zu verfallen. Dennoch ist es natürlich wichtig und erklärt sehr viel. Also, weil die Frage ist ja für mich, weil Sie auch den Faschismus erwähnt haben, in der Zeit sind ja sehr viele psychoanalytische Theorien auch im Schwange, sozusagen um den Faschismus und auch den Nationalsozialismus zu erklären, Wilhelm Reich und so weiter und auch Freud. Also, ich denke mal, das spielt ja eine wichtige Rolle, diese Debatten in der Zeit. Und ich frage mich, ist der Film damals wirklich so wahrgenommen worden oder nicht doch eben auf dieser physischen Ebene? Also, das Ausgesetztsein, also ich habe es bei diesem Mal in dem Film sehr stark gemerkt, das Kind, das ausgesetzt wird und in dieser ganzen Bedrohungssituation, ob das nicht doch irgendwie auf so einer ganz elementar-physischen Ebene, damals wahrgenommen wurde und gar nicht so sehr in diesem politischen, dass das erst viel später war. Also, ich weiß es nicht, ich müsste mal die Rezeptionsgeschichte sich anschauen, weil es wäre ja wichtig, ob der sozusagen, weil man fragt sich ja, das war ja schon beim Matthäus-Film so, den Jesus als Sozialisten zu zeigen, klar, das ist die eine Geschichte, aber Apostolini geht ja sehr unbefangen, wie Tevel hat ja auch gezeigt, mit dem Mythos um, indem er ihn sozusagen wie eine Erzählung behandelt. Er liest ihn ja fast wörtlich, in dem Sinne, indem er ihn aber natürlich mit handelnden Personen auf einer Bühne, auf einer Theaterbühne handeln lässt. Da ist er ja ganz in der Theatertradition. Also, das ist für mich die Frage, geht es um diese physische, ganz physische Erfahrung oder, und das politische ist doch gar nicht so wichtig. Ich weiß es nicht, also um einen Kommentar zu geben zum Italien seiner Zeit, wo ja solche Themen ja auch diskutiert wurden. Ja, also ich muss gestehen, da müsste man mal so genau so Rezensionen oder also Texte kennen, die jetzt ganz nah an den ersten Aufführungen dran sind. Also da habe ich jetzt nicht so den Überblick. Ich glaube aber nicht, also ich habe nirgendwo bisher in der Forschungsliteratur eben eine wirklich politische Lesweise. Also das war sozusagen das, was ich versucht habe, da eigenes einzubringen. Und das hängt ja schon sehr stark an diesem Prolog, wo also die schwarze Fahne und eben die Fahne jetzt der Monarchie noch zusammenkommen, wo das also so genau datiert wird, also dass man genau die historischen Umstände auch versteht, als diejenigen, in die Pasolini hineingeboren wird. Also damit ist eigentlich eine politische Konstellation oder Aussage impliziert, die man dann auf dieser Mythosebene weiterverfolgen kann. Ich kenne keine Interpretation, die jetzt darauf setzen würde, Oedipus jetzt als Königssohn und also die Herrschaftsfrage da jetzt abgebildet zu sehen, sondern es gibt, denke ich, vor allem eben diese psychoanalytischen Deutungen und es gibt die, jetzt mal auf Pasolinis Semiotik bezogen, die starke Kritik auch von der Linken in der Zeit, dass man, also Umberto Eco jetzt nicht als Linke, aber als Semiotiker, die Semiotik wirft ihm ja vor, da eine ganz naive Zeichentheorie zu verfolgen, also in dieser Idee, die Wirklichkeit stellt sich selber dar und die Linke wirft ihm vor, hier so eben das archaische bäuerliche Leben zu verklären und hier also nicht zu sehen, dass da eigentlich keine Zielvision, keine Erlösung mit verbunden sein kann. Das ist natürlich auch etwas, was mit dem Marxismus nicht vereinbar ist. Marx hat ja davon gesprochen, also hat ja dem Kapitalismus zumindest zugestanden, dass dieser Kapitalismus die Menschen von der Öde des Landlebens, jetzt habe ich die Vokabel nicht mehr im Kopf, aber er hat also eigentlich da eher eine Befreiung gesehen von der Blödigkeit des Landlebens, also in der industriellen Gesellschaft und das ist ja etwas, wo Pasolini überhaupt nicht mitgeht, also er hat ja da eine ganz ideale Vorstellung vom bäuerlichen Leben und das hat ihn natürlich beim Marxisten jetzt nicht gerade beliebt gemacht, also diese ganz romantische Sehnsucht nach dem einfachen Leben. Also das kann ich nur dazu sagen. Ich würde aber diese Körperlichkeit des Films nicht als das Andere sehen, sondern das war gerade mein Versuch eben in dieser starken Inszenierung von Physis, also des Körpers auch als einer Membran. Also das könnte ich vielleicht noch dazu sagen, der Körper wird ja auch als eine durchlässige Membran geschildert, also in die etwas aufnimmt, also in die Gesellschaft eingeht sozusagen, also das Subjekt, das Gesellschaft inkorporiert, aber auch wieder ausscheidet sozusagen, also in dieser ganzen Darstellung von Körpersäften, als Schweiß, als Träne, auch als Urin, wenn Sie bemerkt haben, der kleine Oedipus pinkelt auch ein bisschen, wenn er da auf dem Schoß von Polybos sitzt. Und also das ist ja alles auch ein ganz bestimmtes Menschenbild, also weist das Subjekt als ein Dazwischen aus, also die Bedingtheit, also von innen wie von außen ist das Subjekt sozusagen Zwängen ausgesetzt, Impulsen ausgesetzt, Vorgängen ausgesetzt, in die es eingespannt ist. Also der Film zeigt durch diese Körperlichkeit eben auch, das ist eigentlich das ästhetische Mittel, um diesem Narzissmus etwas entgegenzusetzen. Also hier wird eigentlich der Held konterkariert, also durch dieses Physis. Das kann ich mir jetzt nicht vergleichen, Entschuldigung, das ist sehr, sehr spannend, weil man es ja dem Körperpanzer, dann das Faschismus, die wir in Tebeleit, das wäre der Begriff, genau. Entgegensetzen könnte. Aber Sie warten schon sehr lange. Vielen Dank für deinen Vortrag. Ich bin nicht sicher, ob ich das etwas richtig verstanden habe. Du hast den Epilog hervorgehoben und hast gesagt wörtlich, sowas wie, das ist eine Absage an das große Künstlersobjekt, das, was dort passiert. Ich denke nicht, dass das eigentlich zutrifft. Denn zunächst muss man ja festhalten, dieser alte, blinde Oedipus ist ja sozusagen eine Spiegelung von Theresias. Er hat ja dann die Erkenntnis, er kommt ja mit diesen klassischen Sätzen am Ende, das ist klassischerer Glied, das ist Sigmund Freud und so weiter. Also die ist jetzt weise sozusagen am Ende, ein ganz netter alter Mann halt. und er macht also schon, da gibt es schon eine Art von Fortschritt. Das ist nicht rein zyklisch. Und das ist ja auch die Rechtfertigung, letztendlich für so jemanden wie Persolini überhaupt einen Film zu machen. Also wie du zu Recht gesagt hast, also der Künstler, das ist Nietzsche, das ist Nietzsche, was jetzt kommt sozusagen, was ich sagen will. Also wenn du sagst, du produzierst etwas, du hast eine Perspektive, du plädest bestimmte Dinge aus, du reduzierst, dann könnte man ja auch sagen, natürlich muss das ein Künstler machen, er muss eine Form finden und so weiter. Und gerade das macht ja ganz extrem Pasolini. Man könnte weiterhin noch sagen, dass die Zwischentitel, die eingefügt werden, das ist ja Schriftlichkeit. Das ist nicht Mythos, das ist nicht Oralität. Kannst du dich da ein bisschen anfreunden bei dem, was ich gesagt habe? Oder sozusagen nicht? Also der Einwand spontan, dass er das große Künstlersubjekt nicht aufgibt, naja, also kann ich vielleicht doch, wäre eine Möglichkeit, also Pasolini doch da, also in dieser Figur des Sterbenden ist er ja trotzdem als der gestaltende, weltschaffende gemeint. Also wenn man gerade so ein bisschen in die Dichtung reingeht, also wir hatten gerade auch gesprochen über das Motiv des Todes bei ihm, da wird dann klar, also diese Aussicht auf den eigenen Tod, am Schluss ist er ja jemand, nur noch jemand, der auf den Tod wartet, dann ist das doch eine Emphase, was dafür sprechen würde, dass er damit eigentlich doch ein sehr souveränes Künstlertum dann doch meint. Also ich weiß nicht, ob man diese Idee, die da auch drin steckt und die man doch wieder auf das große Künstlersubjekt beziehen könnte, aber identisch ist mit dem Film im Ganzen. Also da würde ich immer noch eine Unterscheidung sehen. Aber was für deinen Einwand vielleicht sprechen würde, ist eben diese Idee, dass der Tod sozusagen die, es kommt auch vor, der Wille zu sterben oder die Entscheidung, das Leben zu beenden, ist eigentlich die ästhetische Tat, die er dann auch mal ausspricht. Also insofern ist der Tod eine Grenze, ist der Tod auch ein Schnitt des Lebensflusses, den er als künstlerischen versteht. Also erst der Tod bringt den Sinn ins Leben zurück. So drückt er sich aus, also in seinen Texten, weil das Leben eigentlich so viel Potentialität, unendliche Möglichkeit in sich birgt, die erst durch den Tod und insofern ist der Tod dann doch ein Sinnbild für die Kunst, für die künstlerische Form, auch für den Film, für den Schnitt, den filmischen Schnitt, setzt dann den Sinn. Insofern ist es dann doch auch eine Schließung, eine künstlerische Schließung und ist damit doch wieder ein Subjektkonzept gemeint. Wenn ich dich richtig verstanden habe, ging es dir ja auch gar nicht darum zu sagen, dass es eine Absage an die Kunst ist, sondern nur, dass dieser Blinde zum Schluss eine Projektionsfigur für den Künstler Pasolini ist, beziehungsweise du hast ja auch von mehreren gesprochen. Also du hast von dem dekadenten Künstler gesprochen, dann von dem, der sich dem sozialistisch engagierten. Ja, das war eine Beschreibung von Pasolini selber, der ja den Epilog selber deutet, als praktisch eine Autobiografie. Aber noch mal zu dem blinden Seher. Also da bin ich nicht ganz einverstanden. Er füllt ja diese Rolle des blinden Sehers nicht wirklich aus. Also weil er muss immer den Nino Davoli bemühen, sich führen zu lassen und der spielt ihm auch die Melodie vor und dann bricht immer das Flötenspiel ab und er kriegt ja dann doch wieder immer die Impulse und kann nicht weiter. Also er stellt sich ja, oder stellt den Oedipus als alter Ego ja immer als jemand dar, der eben nicht diese Kraft und diese ungeheure Wucht und dieses Selbstvertrauen von dem Theresias hat. Wie der mit Oedipus spricht, das ist ja eigentlich diese unabhängige Rolle des Künstlers als Sehers, der sich von dem Herrscher da nichts sagen lässt und der also die Wahrheit spricht. Also dieses Modell erfüllt er ja nicht in dem Epilog. Er kriegt die Flöte gereicht, aber er kann nicht wirklich so drauf spielen wie Theresias. Ich hätte noch eine ganz simple Frage, nur mal wegen des Flötenspiels. über weite Strecken hat mir ja niemanden sprechen gehört. Das war eigentlich wirklich ein sehr dominant, dieses Flötenspiel und das war teilweise auch sehr schief und ich muss auch sagen, das ist eines der Elemente, die mir wirklich noch noch sehr in Erinnerung geblieben ist von dem Film. Auch deswegen, weil es teilweise auch einfach auch sehr ohrenbetäumt war. Das war schon so vorgesehen von Pasolini oder war das jetzt einfach nur mit der Kopie oder das ist ja teilweise, also ich muss zugeben, teilweise muss ich mir die Ohren auch zuhalten, das war teilweise sehr laut. Was hat es damit auf sich? Also ganz einfache Frage. Ich fand es heute auch schon imponierend, diese Pfeiftöne, aber natürlich ist das eine Entscheidung von Pasolini, diese Musik. Ich glaube, das ist das japanische Element. Da weiß jemand was? Ich weiß, müsste das so traditionelle japanische Musik, oh, danke, ja, soweit ich weiß, müsste das traditionelle japanische, ich glaube auch Tempelmusik sein. Die haben in der Regel immer so große, entweder kleine Flöten oder ähnliche Instrumente haben, die die extrem nervig sind und das Schiebe war nicht schief, sondern ich glaube, das gehört original so. Bestimmt. Es hört sich für uns schief an, weil es für uns ungewohnt ist und die eine andere Tonskala verwenden als wir, das heißt unsere Ohren sind einfach nicht dran gewöhnt. Und die benutzen natürlich auch zusätzlich noch gewisse Dissonanzen, die es natürlich noch schiefer wirken lassen dadurch. Ja, danke, das ist ja wichtig. Schuhe. Wollte ich gerade sagen, ja, genau. Das ist die Stelle, wo Tiresias, ist es Schubert? Ich dachte, ich dachte Mozart, ziemlich unterschiedlich. Ich habe es jetzt nicht mehr im Ohr, aber auf jeden Fall ist diese Szene, wo Tiresias das erste Mal auftritt, eine Kombination aus europäischer Kammermusik und diesem japanischen Flöten, diesem schrillen Flöten, dieser Flötenmelodie, die dann da aber eine Melodie spielt. Also das wäre ja auch eine interessante Szene, wo man diese Vereinbarkeit von Europa und mythischer Archäik hätte, auf der Tonebene. Also diese Figur von Tiresias ist wirklich sehr aufgeladen. Also es ist eine ganz ideale Figur in dem Film. Ich würde gerne nochmal auf das Politische zurückkommen. Und zwar, ich glaube vielleicht noch eine Dimension in so einem gewissen historischen Kontext erkannt zu haben, nämlich vielleicht ist die Behandlung des Vatermords und der ganzen Oedipus-Thematik auch so eine Art Parabel auf das Problem der Linken, wie man gegen die Macht revoltiert, ohne sie selbst wieder zu reproduzieren. Genau das war es. Und ich glaube, dass gerade, also soweit ich weiß, der Film ist ja 67 rausgekommen. Das war, soweit ich weiß, gerade die Zeit, als in der Kommunistischen Partei Italiens die Diskussion um den Eurokommunismus losging. Also Pasolini war ja, ich weiß nicht, irgendwann ist er glaube ich ausgeschlossen worden aus der KPI. Aber das war die Zeit, als man sich in Europa, also insbesondere in Italien, als Ausgangspunkt, Gedanken gemacht hat, wie man eine kommunistische Idee oder eine kommunistische Revolte anders formulieren könnte, als es die Sowjetunion getan hat auch. Gerade sozusagen in Hinblick irgendwie auf den Stalinismus und diese ganzen Sachen. Das ist ja tatsächlich irgendwie dieses Thema, dass eben dort, wo man eigentlich eine Revolte gegen die Macht macht, startet, dass dort wieder die Macht eigentlich in noch grässlicher, autoritärer Form zurückgekommen ist. Ja, wunderbar, vielen Dank. Also das ist sehr der Kern des politischen Motivs oder der Debatte, um die es da geht in den 60er Jahren. Und sicherlich gehört Pasolini zu denen, die eben nicht den Weg nach Russland oder auch nicht nach China gehen und die Alternative eben, wie ich ja angedeutet habe, dann in der dritten Welt auch suchen, in der entsprechenden Befreiungsbewegung. Und da etwa in Afrika ganz stark eine Ebene suchen, die eben nicht durch diese Modelle in China und Sowjetunion geprägt sind. Also in der afrikanischen Orestie, in diesem Apunti, die un orestiade afrikaner, da wird deutlich eine Anspielung auf Senghor und die Bewegung der Negritüd. Also diese Idee eines befreiten Afrika ist dann sozusagen ein Moment, wo er auch eben dritte Welt, also Senegal in dem Fall, mit Antike verknüpft. Und das ist ja hier eigentlich auch so angespielt, also dass er mit diesem archaischen Griechenland eben die dritte Welt als utopischen Raum anspielt und damit also eine alternative linke Politik auch ausdrücken will. Zum Politischen noch. Es kann sein, dass ich mich völlig täusche, aber ich glaube, dieses Lied, das er zum Schluss unbeholfen auf der Flöte spielt, das ist ein Lied aus der Arbeiterbewegung. Und ich habe jetzt nur einen französischen Text beraten, also so ungefähr Les meilleurs de notre, so mort pour la lutte, also es ist ein martialisches Lied, in dem zuerst die Gefallenen, also die Märtyrer im Klassenkampf beklagt werden und dann wird zur Rache und zum Kampf aufgefordert, also auch zum bewaffneten Klassenkampf. Formez-vous pour la lutte, renez votre revanche, oder so etwas, wenn ich nicht... Sehr gut. Also dieses, was er dann vor der Fabrik oder vor der Kathedrale auch... Vor der Fabrik fängt er es an und dann spielt er es vor der Kathedrale im Unterhäufen weiter. Da muss ich Sie noch mal genauer fragen, ob man das finden könnte. Und dann könnte man von da aus auch die Szene des Kampfes und der Tötung des Vaters auch unter dem Aspekt des Klassenkampfes betrachten. Denn einerseits ist Oedipus Prinz, Königssohn, aber andererseits wieder dadurch, dass er nicht nach Korinth zurückkehrt, also weil er seine Eltern schützen, für sich selbst schützen will, fällt er in den Stand des Proletariers zurück. Also der Vater beschimpft ihn, geht zur Seite, Bettler. Und der Fehler, den... Und der Kampf ist dann der des Proletariers, der nicht endgetränkt ist, dann eben zurückschlägt. Und der Fehler von Oedipus ist dann, dass er nachher, wenn er die Macht erobert hat, dass er die Herrschaftsstruktur, die ihn vorher als Findelkind zum Opfer gemacht hat, nicht beseitigt, sondern er installiert sich selbst als König. Und so Fouclus schreibt das ja in einer Zeit, in der diese Tyrannenherrschaft überwunden ist. Also so Fouclus schreibt das in einer Zeit, in der irgendeine Art von Demokratie herrscht. Und insofern könnte es sein, dass es hier eben noch einen nicht psychologischen, sondern einen ziemlich geradlinigen politischen Interpretationsweg geben könnte. Ja, vielen Dank. Das sind sehr interessante Überlegungen. Ja, also kann ich mich nur anschließen und weiter darüber nachdenken. Also das ist sehr einleuchtend, wie Sie das ausführen. Allerdings die Vatermordszene, also Sie sagen, er wird zum Proletarier, das ist diese Drohung, die er da erfährt, durch dieses autoritäre Gebaren von Laios, dem er, weil er sich eben als Königssohn ja fühlt und diese Idee gar nicht aufgegeben hat, der er dann folgen muss durch diese Tötung. Aber vielleicht muss man auch noch mehr darüber nachdenken, weil Oedipus ist ja zwar Rebell, aber er ist ja gerade derjenige, der immer zurückfällt in dieses Muster des Vaters, den er eigentlich bekämpft, dessen Autorität er aber eigentlich nur reproduziert, wie das ja in dem letzten Statement auch gesagt worden ist. Das ist das Problem der Linken, die sozusagen Psychoanalyse und Marxismus kombiniert und ja, also am autoritären Charakter sozusagen scheitert, wenn man das mal so sagen will. Also er geht ja, das Problem von Oedipus in diesem Film ist ja, dass er gar nicht sozial verantwortlich handeln kann, weil er eigentlich nur Interesse an der Macht hat, platt gesagt. Also er hat ja nur, er geht ja auch nicht nach Korinth nicht zurück, um seine Eltern zu schützen, sondern um sich zu schützen, also vor der Schmach oder also vor der Möglichkeit, dann eben seine Königswürde zu verlieren. Also wenn er diese Taten dann vollzieht, ist dieser Status als König ja dann nicht mehr möglich. Also damit schützt er eigentlich eher sich selbst, denke ich. Und diese ganzen Handlungen, die er vollzieht, vollzieht er ja, um einen Ersatz zu finden für diesen Korinther-Königsthron. Also er, in dem Moment, wo er erfährt von Angelo, dass also mit der Beseitigung der Sphinx ihm die Hand der Königin sicher ist, in dem Moment ist ja der Weg klar. Also wenn er die Sphinx nicht getötet hätte, dann die ihm ja auch nochmal versucht, einen Rat zu geben und mal drüber nachzudenken, worin das Geheimnis seines Lebens ist. Das will er ja alles nicht wissen. Also er ist ja immer nur daran interessiert, diesen verlorenen Status wieder zu bekommen. Aber er kann ihn ja nicht inhaltlich ausfüllen. Also er kann zum Beispiel jetzt eine Figur wie Creon gar nicht verstehen. Also dass jemand, er muss ja allen Leuten vorwerfen, dass die seinen Posten wollen. Also dass der Creon und der Theresias, dass die nur an der Macht interessiert sind, weil er gar keine andere Position als die seine verstehen kann. Also dass es also jemand gibt wie den Creon, der sagt ja, ich bin doch der Bruder der Königin, ich bin der Schwager des Königs, ich habe alle Privilegien, ohne Verantwortung zu tragen. Das ist das Leben, was ich möchte. Also der hat gar keine Machtgelüste. Aber Oedipus kann so etwas nicht verstehen. Also er ist gezwungen, also immer in diesem Machtwillen zu agieren und kann insofern ja da nicht im Sinne einer wirklich, einer sozialen Gleichheit jetzt seine rebellischen Instinkte einsetzen. Also an der Figur des Oedipus wird, glaube ich, diese Frage verneint, dass hier jetzt eine Form von anti-autoritärem Agieren möglich ist. Also es wird eher ausgesagt, dass diese Strukturen das eben verunmöglichen, also diese Oedipale Falle zuschnappt. Ich frage mich aber trotzdem, warum Pasolini in der gesellschaftlichen Situation auf diesen Oedipus-Mythos zurückgreift, um sozusagen eine Art von mehr oder weniger verklausulierter, aktueller Machtkritik zu üben. Also ich meine, bei Pasolini ist ja sehr stark das bäuerliche, und haben Sie ja auch schon erwähnt, das archaische. Das ist ja eigentlich im Grunde ein Rekurs auf eine so etwas wie ursprüngliche Natur, auch die ursprüngliche Natur des Menschen. Und die Frage ist dann schon, das wird dann aber auch historisch sehr ungenau in dem Moment. Das heißt also, er antwortet eigentlich mit etwas, und ich würde auch Pasolini übrigens da rechnen, zu einem Typus, den es schon relativ lange gibt, der agrarischen Intelligenz, den es in Deutschland zum Beispiel lange schon gibt, aber auch in Italien noch nicht so ausgeprägt. Aber Pasolini, denke ich mal, war einer der Ersten, glaube ich, der das so stark politisiert hat auch. Und das wird natürlich auch dann ungenau. Ungenau nämlich in der politischen Aussage. Gerade wenn man sozusagen, und das ist ja auch bezeichnend, das ist bei Salo übrigens ähnlich, da ist der Faschismus sozusagen der Rahmen, beziehungsweise der Nationalsozialismus, die Italien besetzt halten. Und dann passieren eben diese Dinge, die passieren. Also das ist im Grunde also die Machtexzesse. Und die Frage ist, ob nicht dann seine Filme dann doch sehr ungenau werden und im Grunde eigentlich eine Flucht oder ein Rückzug ist, auf etwas sehr Archaisches, eine Art Rückzug. Und auch immer das Antizivilisatorische, das Nichtbürgerliche, das Bewusste, das ist ja ein Rückgriff, und auch in der Landschaft das zu suchen, das gibt es natürlich, aber wie politisch kann das überhaupt sein? Oder ist das nicht im Grunde ein sehr romantischer Topos, um den Begriff auch nochmal reinzubringen, der Ihnen im Grunde eigentlich ja einen Sehnsuchtsort bietet, wie auch diese Schwenks über diese Landschaft. Das ist ja beim Palästina-Film ja ähnlich auch. Also das ist die Frage. Also ist er nicht doch ein sehr romantischer, letztlich unpolitischer, agrarischer, intelligensler, italienischer Provenienz, so vielleicht irgendwie formuliert? Ja, also ich denke, diese Frage muss man stellen. Also dass er jetzt nicht wirklich in seiner politischen, in einer politischen Theorie sozusagen auflösbar ist, und also in einer adäquaten, also das bleibt er. Also er erinnert mich zum Beispiel, er erinnert mich zum Beispiel in vielem an Abi Warburg, also der auch bei den Indianern die Gegenwart der Antike versucht hat auszumachen. Also für die Kunstgeschichte ist das eben auch eine interessante Position. Also das ist so ein Analogiedenken, also ein Versuch, diese über so eine Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, also Kulturen in ihrem Werden wieder zu beobachten zu können. Also dieser Traum jetzt in Nordafrika, da wo auch immer eben kulturelle Übergänge, wie sie eben in der Antike passiert sind, eben von einer Stammeskultur zu einer formalisierten Demokratie oder so. Also das versucht er ja eben zum Beispiel in Afrika dann auch darzustellen, also in diesem Apunti-Film. Also das ist schon ziemlich speziell und sicherlich sehr künstlerisch gedacht und romantisch gedacht. Also es ist eine ästhetische Utopie, die an so einem Primitivismus hängt. Und er sagt, er spricht selber von Ästhetizismus, was diesen Film betrifft. Da spricht er das ja selber aus, dass er eigentlich schöne Bilder, also dass er in Formen denkt, in Landschaft, in Ansichten, in Kadrierungen, also dass er als bourgeoiser Künstler nichts anderes kann, als Ästhetizismus als Instrument zu benutzen. Und das ist natürlich auch ein Standpunkt, der impliziert, dass also ein politisches Engagement nicht geht. Also das wird ja auch ausgesagt, also dass höchstens in der Form selber das politische Engagement ist und nicht in einem dargestellten Inhalt. Ja. Also ich finde die Diskussion super spannend und ich würde eigentlich gerne noch ganz viel mehr... Darf ich denn noch eine letzte Frage stellen? Dann nehmen wir aber auch noch die letzte Frage von hier. Machen Sie zuerst. Okay. Nee, 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 nee. Wir können uns ja nachher noch unterhalten. Ich wollte eigentlich nur ganz kurz eine kleine Anmerkung machen, die mir sehr gefallen hat in Bezug auf die Szene vor und mit dem Vater Tötung. Weil da ist mir aufgefallen, dass Oedipus irgendwie noch Wut an Brand irgendwie seinen Hut entledigt. Also und in der Szene mit der Begegnung mit dem Vater auch eigentlich ohne seine Insignien, ohne diese Brustplakette. Und Sie meinen die Theresias Begegnung da? Nee, auf dem Wegkreuzung mit seinem Vater, also mit Laias, genau. Er hat keinen Hut auf, ne? Nee, er hat diese Zwei und er hat auch keine Brustplakette. Ach so. Und dann lacht er seinen Vater aus, während er diese Krone auszieht und zum Schluss zieht er von dem Soldaten seinen Helm an. Und das fand ich ganz interessant, weil diese Entledigung seines Hutes und seiner Insignien, es ist irgendwie so, als ob er seine Identität entledigt hätte, was er dann einfach nicht lange aushält und sich wieder in eine andere Rolle, also ich kann mich gerade wahrscheinlich nicht gut ausdrücken, aber ich fand das ein sehr schönes Spiel mit Symbolen. Ja, die Kostüme überhaupt sind sehr wichtig, also diese ganze, ja nicht nur die Architektur, sondern eben auch die Kopfbedeckungen sind extrem wichtig bei Pasolini und diese Helme. Ich habe mich auch bei den Helmen und diesen Uniformen erinnert gefühlt an Quattrocento-Malerei, Ucello, diese Schlachtbilder. Überhaupt könnte man, wenn man mehr auf die Ästhetik einginge, der Film hat halt schon so viel handlungsmäßig Komplexität, auf die man eingehen muss, aber dann könnte man zum Beispiel auch die Landschaft noch stärker auf bestimmte Malereivorlagen überprüfen, also ich denke, da ist viel Massaccio drin, in diesen Hügeln, dieses Hügelrelief und eben auch in den Figuren. Sicherlich er nimmt nun die Identität des tebanischen Soldaten an, also das passt ja dazu, dass er sich nun anschickt, ja doch in eine neue soziale Formation, Gemeinschaft einzutreten und kann man sicherlich als einen Identitätswechsel deuten. Ja, gut, dann vielleicht noch ein allerletztes Wort wenigstens, also ich fand den Vortrag eben deswegen auch so wunderbar und überzeugend, weil er doch seinen roten Faden wieder aufnimmt, den wir ja mehrmals eben gesehen hatten. Also es geht ja doch in Port Chile, in Salon immer wieder, auch in Medea, vielleicht noch mehr Medea und Port Chile, um die Problematisierung von Macht, von Gewalt, um den Versuch, sich gegen die Täter zu stellen und dann das Scheitern dieser Revolution, wobei dann doch also eine Revolution stattfindet. Also ich würde sagen, wenn überhaupt, dann am meisten noch in der Figur des Oedipus. Also was ich eigentlich auch noch gerne angesprochen habe, ist das Lachen. Also dieses Lachen, mit dem er ja seinen Machtanspruch ausdrückt, in dem Moment, in dem er bezügt, das wäre vielleicht, ist ja vielleicht der erste Moment, in dem dieser Machtanspruch aufkommt, wo man sich fragen könnte, was hat dieses Lachen mit dem Lachen der Herren in Salon zu tun, das es uns ja auch sehr verstört hatte. Darüber hatten wir auch diskutiert. Aber eigentlich darf ich ja nichts mehr fragen. Oh Gott, hier gibt es kein Redeverbot. Aber ich sage mal, es war ein wunderbarer Vortrag, es war eine sehr, sehr lange und ausführliche Diskussion. Ganz herzlichen Dank dafür, Regine Prange und natürlich auch Christina. Danke für die Diskussion. Und bevor ich Ihnen einen guten Nachhauseweg wünsche, natürlich der Hinweis, in zwei Wochen geht es weiter. Bernhard Groß kommt dann aus Berlin zu uns und wird Il Dekamaron bei uns präsentieren. Und jetzt kommen Sie gut nach Hause. Bis bald. Tschüss.